Guten Tag, meine Damen und Herren, mein Name ist Dietmar Seifert und bei OpenStreetMap laufe ich unter dem Namen Okilimu. Ich habe auf dem RIGI OSM Server zwei Auswertungen laufen. Das eine ist die Straßenliste, die stelle ich heute vor. Und es gibt noch eine Hausnummernliste für einige wenige Städte, die stelle ich in anderen mal vor. Die Motivation, warum wir Straßennistenauswertungen brauchen, aus meiner Sicht, hoffentlich auch aus viel anderer Sicht, ist, dass wir einfach wissen wollen, wie gut ist in meiner Gemeinde die Straßennistenabdeckung vorhanden. Habe ich alle Straßen da, habe ich hoffentlich auch vielleicht ein paar mehr Straßen, die ganz neu sind, die nun nicht in einer Straßenniste da sind. Und eine vorhandene Straßenniste soll eigentlich dazu führen, dass vor Ort die Mapper halt forciert die fehlenden Straßen noch erfassen werden. Von mir schon mal eine provokante These, dass wir eigentlich außerhalb der OSM-Gemeinde nicht wirklich ernst genommen werden, wenn wir nicht erstmal die Basics haben. Und das sind für mich die Straßen. Und die sind meiner Meinung nach in letzter Zeit schon nicht mehr so eingepflegt worden. Und wir haben noch nicht die Deckungsgrade erreicht, die ich mir wünschen würde. Die Historie von mehreren Straßenauswertungen ist, dass in 2008 im OSM-Wiki angefangen wurde, auf der Seite Straßenverzeichnis mal aufzuführen, wo einzelne Mapper Gemeinden anfragen und Listen versuchen zu bekommen. Im November 2008, so habe ich das da rausgelesen, hat dann Sven Anders die erste Auswertung gemacht, die er leider im Mai 2011 dann nicht mehr fortgeführt hat. Und Florian Lohoff ist Mitte 2009 dazugekommen, hat eine zweite Auswertung gemacht, die ein bisschen mehr grafikbasiert war und die auch am Anfang mehr Nordrhein-Westfalen und Hessen war, während Sven Anders die Listen halt in anderen Regionen hatte. Im Prinzip konnte jeder Mapper, wenn er eine Liste hatte, entscheiden, ob er in eins oder in beide Tools quasi die Liste reinbringt. Florian Lohoff hat dann im Januar 2011 überraschend die Auswertung aufgehört und kurz danach auch Sven Anders. Und dann habe ich mir überlegt, wir brauchen eigentlich weiterhin eine Straßenauswertung und habe dann eine selbst erstellt und habe die am Anfang auf den Toolserver gebracht. Das ist ja ein Server von Wikipedia, wo wir auch OSM-Projekte hosten können. Habe da aber große Schwierigkeiten gehabt, weil die dortige Datenbank zum Teil mehrere Wochen lang nicht mehr aktualisiert wurde. Das heißt, eine Auswertung macht keinen großen Sinn und habe dann die Auswertung bei mir zu Hause auf dem Rechner immer gemacht und dann auch noch hochgeladen, was auf die Dauer einfach Blödsinn war, weil das zum Teil den ganzen Tag gerechnet hat. Und habe mich dann entschieden im Jahr 2012 im September einen eigenen Rechner zu hosten. Und dann habe ich einen Bekannten gefunden, der zumindest mal die Basics darunter administriert, damit ich einfach ein eigener Herr bin und halt dann einen Rechner habe, den ich auch wirklich dann zur Verfügung habe, wenn ich ihn brauche. Von den beiden Auswertungen Sven Anders und Florian Lohoff kamen so ungefähr drei bis dreieinhalbtausend Straßenlisten, also von Gemeinden Deutschlands mit und von Luxemburg. Und bei meinem Beginn in 2012 waren das dann 5.800 Gemeinden. Heutiger Stand sind 7.150 Gemeinden, beziehungsweise hier nenne ich das momentan Listen, wo die dann herkommen, wie das verteilt ist, zeige ich gleich noch. Für die Schweiz gibt es noch von Simon Pohl eine extra Auswertung flächendeckend und für Großbritannien auch bei ITO World. Von den 7.150 aktiven Listen, die bei mir drin sind, haben wir das an 7.833 in Deutschland. Luxemburg ist noch flächendeckend vertreten und ganz wenige Gemeinden in der Schweiz und Österreich. Schweiz ist klar, gibt es eine andere Auswertung und Österreich ist bisher noch nicht groß, was passiert. In Deutschland haben wir 7.500 Gemeindelisten drin und dann haben wir noch für die drei Großstädte Berlin, Stuttgart und Köln noch Unterlisten, weil dort einfach die Straßenlisten relativ groß sind und damals schon unter der Stadtgrenze schon Listen geholt wurden. Für Berlin gibt es auch nur eine Stadtbezirks- und Stadtteilliste, da gibt es gar keine große Liste. Generell sind die Listen aber schon relativ alt, sind zum Teil aus den damaligen Auswertungen drin. Da müssen einfach OSMler wieder sich mal drum kümmern und eine aktuelle Liste nachfragen bei den Gemeinden. Es gibt noch Ortsteillisten, das sind in der Regel allerdings ehemalige echte Orte oder Gemeinden, die dann eingemeindet wurden, Thüringen oder andere Bundesländer, wo das noch passiert, wo wir dann die früheren Ortslisten einfach noch weitergesetzt haben, weil die neu noch nicht da sind oder um genauere Auswertungen machen zu können. Und es gibt noch ein paar sonstige, wo dann Verwaltungsgemeinschaften eine Komplettliste schicken, die dann halt auch manchmal genommen wird. Jetzt haben wir hier eine ziemlich unübersichtliche Liste, wo im Prinzip einfach nur dargestellt werden soll, wo kommen die Listen her und wir haben in Baden-Württemberg komplett eine Abdeckung, weil dort die LGL im April 2013 eine zentrale Straßenverzeichnis bereitgestellt hat für das ganze Bundesland. Mecklenburg-Vorpommern haben wir dort von der Vermessungsbehörde auch entsprechende Liste bekommen, jetzt am Anfang des Jahres. In NRW war es der Fall, dass dort, ich glaube, der Florian Nuhoff selber vielleicht mit ein paar anderen, die Europawahl 2009 genommen hat und hat dort Listen gefunden. Mit einem kleinen Nachteil, dass dort aber auch wirklich nur Straßen drin sind, wo Leute wohnen. Das heißt, das sind nicht wirklich alle Straßen, eine Gemeinde drin. In Rheinland-Pfalz gibt es eine kommunale Behörde, die das bereitstellt im Internet. Und im Saarland habe ich kurz von dem Statistischen Amt die Listen bekommen. Und in Thüringen gibt es wieder eine zentrale Straßenliste. Ansonsten ist das so bei den anderen, dass die Listen einfach von den Meckern individuell nachgefragt werden, bei den Gemeinden. Ich wollte eigentlich hier eine Folie machen wegen der Lizenzumstellung. Das Problem ist, ich habe früher mal eine Folisterie-Auswertung gemacht und die läuft heute aber zu lange, dass ich wirklich eine gute Aussage machen kann. Ich hatte hier erst mal bis heute Morgen noch eine Folie gemacht, wo ich nur die Auswertungen, die ich selber schon seit 2011 gemacht habe, ausgewertet habe. Aber da kommt nicht wirklich der Sachverhalt heraus, wie die Einbrüche sind, die durch die Lizenzumstellung passiert sind. Das werde ich also nochmal zum späteren Zeitpunkt nachliefern. Das ist jetzt im Prinzip seit 14 Monaten die Entwicklung pro Bundesland, wo wirklich viele Listen vorhanden sind. Man sieht mal halt sehr optimistische Fortschritte hier. 95 Prozent jetzt bei 97 Prozent in Nordrhein-Westfalen. Das ist aber zu schön eigentlich, weil das sind die Europawahl-Listen von 2009. Ganz hinten kaum zu erkennen ist ein kleiner Peak. Vor ein paar Wochen hat sich ein Mapper vom Kreis Borken komplett eine Liste geholt, 19 Gemeinden. Und bei der Gelegenheit hat man gesehen, dass für die 19 Gemeinden im Durchschnitt 4,5 Prozent die Straßen schlechter als vorher abgedeckt sind. Es waren natürlich auch ein paar Straßen dabei, die bei uns schon längst drin waren. Aber netto bleibt so minus 4,5 Prozent. Das heißt, eigentlich muss man so 6 bis 8 Prozent sagen, ist Nordrhein-Westfalen schlechter abgedeckt, als es jetzt hier den Anschein hat. Bayern ist so, dass dort auch nur 33 Prozent der Listen vorhanden sind. Die werden immer händisch nachgefragt. Und da ist es einfach so, wenn die Listen wirklich nachgefragt werden von Mapper, dann kümmern die sich ja auch darum, bevorzugt die Erfassung zu machen. Von daher ist es auch viel zu optimistisch, die Darstellung. Also das muss man so um, würde ich mal sagen, vielleicht 8 bis 10 Prozent runterziehen. Das erkennt man ganz gut in Baden-Württemberg. Hier hat man so einen riesen Einbruch. Es war so, dass bis zur Bereitstellung von der LGL nur 80 Listen in Baden-Württemberg vorhanden waren, von 1.000 Einheitgemeinden, also weniger als 10 Prozent. Und da hat man dann die ganzen Listen bekommen. Und sprich, dieser Einbruch bedeutet einfach, ich habe jetzt wirklich flächendeckend die Abdeckung, auch von den Gemeinden, wo halt einfach ländlicher Raum ist, wo sowieso schlechtere Abdeckung ist. Und man kann dieses als Worst Case nehmen, um zu sagen, dass man andere Länder, wo wir nicht von den offiziellen Stellen, Journalisten haben, dass wir einfach dazu optimistisch sind. Aber ansonsten, seitdem geht es halt auch ganz gut vorwärts. Das Gleiche ist hier in Mecklenburg-Vorpommern. Hier gab es, es gab vorher so ungefähr 5 Sechstel Abdeckung vom Land, von der Liste, haben dann nochmal komplett die Liste bekommen, haben dann wieder einen Einbruch gehabt um knapp 5 Prozent, sind gerade wieder dabei, relativ schnell aufzuholen, weil ein User speziell dort eine Aktion gestartet hat. Und in der Liste, die heute da ist, auch Bundesautobahnen drin sind, leider mit Namen, und halt Kreisstraßen. Das heißt, das sind oft zu viele Straßen und die werden auch noch wieder rausgenommen. Also, noch zu erkennen, Thüringen hat einen relativ krummen Verlauf. Das liegt dann in der hintere Peak bei mir, dass ich da mal ein Update von Listen falsch gemacht habe. Ansonsten hatte Thüringen während der Lizenzumstellung und danach noch relativ viel mit Gemeindegrenzen Probleme, die fehlten und dann wieder nachgebaut wurden. Gut, wie sieht eine einzelne Auswertung aus? Wir haben eine offizielle Straßenliste, die wird in den Straßenlisten-Wiki reingebracht, wird dann einmal ausgelesen und dann wird das Gemeindegebiet in der Straßenliste, auf der Seite steht auch die Gemeindekennziffer und oder die Relation drin. Und aufgrund dieser Informationen hole ich mir dann aus der Datenbank, OSM-Datenbank, die Relationen raus und alle Straßen und einige Platzarten in der Gemeinde. Diese vergleiche ich dann mit der offiziellen Straßenliste. und kriege dann ein Ergebnis heraus. Die Gesamtauswertung über alle Listen, die ich habe, läuft einmal nachts, geht ungefähr um 23.15 Uhr los, mit dem Wiki auslesen, dauert relativ lange, habe ich noch nicht optimiert und ich bin morgens früh um 6 Uhr dann fertig. Ich habe eine lokale OSM-Datenbank mit der Umgebung Dachl, also Dach plus Luxemburg, weil da einfach bisher die Straßenlisten vorhanden sind. Wenn weitere Länder dazukommen würden mit Listen, würde ich halt ein entsprechendes Gebiet vergrößern und habe das Datenbankformat OSM2PGSQL, was eigentlich fürs Rendern da ist, hat ein paar Vorteile, hat auch wieder ein paar Nachteile, ist momentan aber einfach, was ich einsetze. Und die Datenbank wird alle 12 Minuten halt versucht zu aktualisieren. Nachts, während der Straßenlistenauswertung, damit die einfach gut durchläuft, mache ich keine weitere Aktualisierung. Das heißt, ich habe ungefähr den Stand abends, 22, 23 Uhr von der Datenbank. Gut, ich mache jetzt nicht online die Verbindung zur Webseite, sondern das Ganze über Folien. Und ich suche mir eine Gemeinde heraus. Ich kann entweder über die Hierarchie gehen, also Bundes-, also Land, Bundesland, Regierungsbezirk und so weiter. Oder aber ich gehe direkt über die Suchmaske und suche mir einen einzelnen Ort raus und finde dann eine Auswertung und habe hier oben erstmal so Kopfdaten, ist allerdings sehr schlecht zu erkennen, wo im Prinzip steht, wann wurde ausgewertet, was war der Datenbankzustand der Auswertung und habe hier weiter unten drunter die Anzahl der Straßen, die in der Liste sind, 8 und 1, 20, habe 749 davon in OpenStreetMap wiedergefunden, 91 Prozent also Abdeckung und im weiteren Verlauf werden diese gefundenen Straßen mit weißem Hintergrund dargestellt und die nicht gefundenen gibt es so von 74 und 76, die in gelb angezeigt, die nur in OpenStreetMap drin sind. Das sind dann Plätze oder Straßen oder Wege, die einfach keinen offiziellen Namen haben, die aber Mapper halt mit Namen versehen haben. Wenn ich weiter runterscrole, bekomme ich dann eine relativ lange Liste mit allen Straßen, in weiß, was alles getroffen wurde inklusive, wenn man möchte, eine Google-Referenz, wo ist das und was halt spannender ist, wie viele Wege haben wir und welche IDs stecken dahinter. Und hier in Rot erkenne ich jetzt, dass die Alexander-Fleming-Straße quasi in der offiziellen Liste da ist, aber eine andere Schreibweise hat, nämlich 1M statt dem 2M, wie sie bei uns in OpenStreetMap drin ist. Und das ist halt ein typischer Editierfehler, entweder in OpenStreetMap oder aber theoretisch auch in der Straßenliste. Das kann auch dazu schon ausreichen, dass hier Minus statt Leerzeichen vorkommen. Ich bin da ziemlich restriktiv. Auch Abkürzungen BGM sollte halt einfach schon in der offiziellen Liste als Bürgermeister ausgeführt werden. Doktor als Kürzel ist okay, aber andere Sachen, die abgekürzt werden, sollten einfach ausgeschrieben werden, damit man einfach in der langen Form vergleichen kann. Das ist eigentlich so in OpenStreetMap das eher gewünschte. Verkürzen geht immer, Verlängern geht schwierig. Wenn ich jetzt im oberen Bereich hier hier auf fehlende Straßen ermitteln gehe, da gibt es einen Link, komme ich quasi zu einer Extra-Seite und hier wird über Google Maps Anfrage herausgefunden, alle unsere fehlenden Straßen, wo die sein könnten. Und in grün wird dargestellt, welche halt getroffen wurden. Muss nicht stimmen, aber laut Google gefunden. Und in lila werden die dargestellt, die keine Treffer haben oder wo eine andere Art zurückgekommen ist, aber nicht Typ Straße. Im unteren Bereich gibt es dann ein Feld, wo ich ein GPX-File erzeugen kann und das mir auf mein Gerät tun kann, damit ich halt vor Ort die Straße besuche. Ganz wichtig ist, diese Treffer, die hier in der Google-Seite kommen, dürfen nicht genommen werden, um einfach die Straßennamen in OSM einzuführen. Das ist einfach Copyright-Verletzung, das wollen wir nicht. Sondern die Google-Ergebnisse sind dazu da, dass ich das auf das Gerät tue, vor Ort gehe, gucke, wo ist die Straße, Anfang, Ende, Verlauf und wenn ich Bock habe, noch ein paar Sachen wie Max Speed oder sowas hinzunehme. Also es geht wirklich nur darum, dass die Leute motiviert werden, rauszugehen und wirklich das nachzuprüfen. Auch Schreibweisen, habe ich sehr oft gesehen, Frühlingsstraße, Frühlingsstraße, Anfang, Ende der Straße, unterschiedlich auf den Schildern drauf, kann man mal sich Fotos machen, um sie eventuell mal irgendwann der Gemeinde zu schicken. Es ist auch so, dass einfach die Treffer, obwohl ich sage, ich will in der Gemeinde suchen, können trotzdem 100 Kilometer woanders vorkommen oder aber sind einfach verkehrt. Also die Google-Treffer müssen auch nicht wirklich stimmen und auch sehr viele Treffer finden Google nicht, wenn die Straßen einfach neu sind. Fehlende Straßen, die Google nicht findet, kann man meistens über normale Google-Recherchen oder andere Recherchen noch durchführen, dann findet man auch eigentlich irgendwie Treffer, dass zum Beispiel Gemeindeblätter darauf hinweisen, wo die sind. Hier oben kann ich auch in das Straßenlisten-Wiki gehen, das ist quasi das gleiche Wiki, was bei OpenStreetMap drin ist, von der Technik her, aber eigenständig und hier sind die ganzen Straßenlisten hinterlegt worden. Das heißt, wenn ich jetzt eine neue Straßenliste hätte, würde ich mir hier einen Account einrichten, den muss ich jetzt seit neuestem dann kurz bestätigen, dass das okay geht und dann kann man hier eine neue Straßenliste einfügen. Und diese Straßenliste kann man nicht nur angucken, man kann sie auch verändern, wenn wirklich begründet die Straße hier einfach falsch ist, sei sie, dass sie abgekürzt wurde wie BGM oder vor Ort ist auf den Schild eine andere Schreibweise und diese ist plausibel, kann man auch in die offizielle Liste reingehen und kann Änderungen vornehmen. Alternative wäre, dass man auch die Schreibweisen über verschiedene Namenangaben machen kann. Im Wiki auf der Startseite, ganz unten ist dann der Link hier zur Details-Auswertung und hier wird angegeben, welche Wege und welche Platzarten quasi geprüft werden für Knoten, für Wege und für Polygone, damit einfach klar ist, was werte ich eigentlich aus und was nicht. Also zum Beispiel ein Park wie Leisure Clash Common oder wie das heißt, mache ich nicht mehr, sondern das hat nichts mehr für mich mit einer Wegeart zu tun, sondern Highway ist gleich relativ viele Arten und ein paar Places für die Weiler oder für Lokalitäten. Wie bekomme ich eine Straßenliste? Ich gucke erstmal nach, ist die schon vorhanden und wenn nicht, dann frage ich die Gemeinde nach und mache möglichst einen persönlichen Bezug dazu. Ich bin engagiert über OpenStreetMap, möchte, dass einfach die Gemeinde sehr gut da aussieht und brauche die Liste für den USM-Datenabgleich. Eine Liste würde ich dann einpflegen, dazu mache ich einen Account. Wenn es Schwierigkeiten gibt, die Liste einzupflegen, dann einfach eine E-Mail schicken. Helfe ich dann. Es gibt noch Abfallkalender von den Gemeinden, die sind öffentlich, wenn es eine öffentliche Abfallbehörde ist, die das macht, dann kann man die auch nehmen. Problem ist, dass dort wirklich nur die Wohnstraßen drin sind, also sind keine vollständigen Listen und die Listen haben eine schlechtere Qualität, als wenn die von der Stadt kommen. Muss man einfach sagen, von der Schreibweise her, die schreiben das kläschärer. Von der Gemeinde-Webseite würde ich eine Liste übernehmen, wenn sie als Liste da ist und wenn da kein Copyright draufsteht, aber nicht von Karten, auch nicht, wenn sie auf der Webseite drauf sind von der Gemeinde, weil dann das in der Regel Karten sind, sei es vom Land oder sei es auch von einem kommerziellen Anbieter, dann ist da Copyright drauf, dann darf man da einfach die Liste nicht rausnehmen. Kommen wir hier zum nächsten Punkt, grafische Darstellung auf einer OSM-Karte. Also bisher, das war mehr die Sichtweise, ich bin ein Mapper, ich habe eine Gemeinde und will da wirklich was tun. Jetzt kommt so mehr so die Show-Effekte. Wie sieht denn so meine Umgebung aus? Das ist momentan von mir noch nur bundeslandbezogen möglich. Ich habe hier eine grafische Legende für die Abdeckung und kann auch ganz oben auch verschiedene Paletten auswählen. Ich habe da immer so schöne aggressive Rot-Grün- und Lila-Phasen drin. Hat mich mal darauf hingewiesen, dass es vernünftigere Farbübergänge gibt. Deswegen kann man da oben auswählen, was einem halt passt. Muss man schauen, dieser Verlauf von Rot nach Grün ist ein bisschen besser, um wirklich zu erkennen, wo sind halt schwache und wo sind starke Punkte. NRW ist halt ziemlich super dargestellt. Es gibt hier so ganz vereinzelt ein paar Schwachpunkte und hier oben im Kreis Borken ist halt jetzt ein bisschen schwächer dargestellt, weil da einfach auch dieser kleine Einbruch war wegen der aktuellen Liste. Also ich kann immer nur auffordern, schaut nach im Straßenlisten-Wiki auf der einzelnen Seite steht ganz unten in der Regel wo sie herkommt. Ansonsten über die Geschichte, über die Historie der Seite angucken. Das sind dann vielleicht relativ oft noch Importe von Florian Lohauf oder von Sven Anders. Dann sind die schon fünf Jahre alt oder vier Jahre alt und in der Zeit hat sich schon einiges getan. Einfach neu anfordern in die Listen und einfliegen. Hier ist Mecklenburg-Vorpommern mehr ländlich geprägt und das sind halt einfach wirkliche Schwachpunkte. Da sind einfach sehr große Gebiete, wo wir halt zum Teil die 25 Prozent Abdeckung haben oder weniger. Liegt auch einfach daran, habe ich auch in Rheinland-Pfalz den Fall, dass dort einfach wirklich ländliche Gebiete sind, wo wir weniger Mapper haben, wo deutlich weniger Aktivität ist, wo die Leute einzeln arbeiten und dann vielleicht auch gar nicht auf die Idee kommen, sich um die Straßen zu kümmern. Rheinland-Pfalz sieht eigentlich ein bisschen besser aus, aber hier ist schon so ein großer Streifen drin. Rheinland-Pfalz ist sehr klein strukturiert. Die haben also 2000 Gemeinden für das Gebiet. Das sind also zum Teil auch die Gemeinden mit drei oder mit fünf Straßen drin. Deswegen wird es auch manchmal übertrieben schlecht dargestellt. Vor ein paar Wochen kam auch eine Meldung, dass ich falsch auswerten würde und dann haben wir gesehen, dass zum Beispiel im südlichen Bereich einfach Wikipedia-Karten genommen wurden, die ganz grob strukturiert waren und die Gemeindegrenze mitten durch den Ort lief. Das heißt, da hat sich keiner darum gekümmert, dass das halt vielleicht mal falsch sein könnte oder hat das halt händisch übernommen. Und da wollen wir versuchen, in den nächsten Wochen einfach nochmal Gemeindegrenzen von dem Land zu bekommen. Wenn das nicht klappt, werden wir einfach aufgrund der Straßenlisten versuchen, dann die Gemeindegrenzen einfach neu zu ziehen, weil sie nachweislich auch vom Source-Tag her einfach von Wikipedia übernommen wurden und viel zu grob sind. Gut, wir haben hier noch eine zeitliche Veränderung zwischen Auswertungen. Ist ein bisschen schlechte Überschrift, denke ich mal. Ich kann quasi einfach auswerten über den oberen Punkt, was ist heute passiert? Entweder komplett, also die Auswertung von gestern auf heute, in welchen Gemeinden hat sich was getan. Ich kann auch noch hier eingrenzen, hier oben über zum Beispiel Stern, Bayern-Stern. Da gebe ich die Hierarchie an. Die ist allerdings nicht wie OSM üblich, halt eher von, wie man es normal schreiben würde, Bundesrepublik Deutschland, Bayern und so weiter. Man kann einfach das Bundesland oder den Kreis nehmen und macht da vorne unter den Hintern Stern und kann dann weiter auswerten. Man sieht dann, dass halt zum Vortag, hier vom Datum her, zum heutigen Auswertung entsprechend sich hier etwas prozentual getan hat und wie viele Straßen quasi hinzugekommen sind oder auch manchmal weggefallen sind. Die zweite Option, die es eben gab, war zwischen zwei bestimmten Zeiträumen auszuwählen und wir haben von Borken das, glaube ich, am 7. März bekommen und deswegen kann ich dann angeben vom 7. März bis heute und mache hinten Stern, Borkenstern hin. Bekommen dann quasi die, nee, hat das vom 7. vor dem Update und dann den ersten Tag beim Update gemacht und dadurch sieht man, dass hier vorher die Straßenlisten bessere Abdeckung hatten als danach und wir haben dann bis zu 10% Verlust von den Straßen bekommen. Es gibt dann noch so Geschichten wie, dass man einfach das Ranking angucken kann, dass man sagt, für alle Großstädte über 100.000 Einwohner möchte ich dann wissen, wie ist meine Stadt quasi abgedeckt und da ist so der einsame Loser Karlsruhe. Liegt aber daran, dass für Baden-Württemberg die LGL-Listen zum Teil relativ schlecht sind. Die kommen, die stellen gerade oben auf Alkis und da gibt es auch dann alte Listen, wo dann auch Bushaltestellen und Schulen drin sind und Gewandet drin sind und das heißt, die kann man kaum verwenden, die müsste man enorm ausdünnen und Kenntnis haben und da überhaupt eine vernünftige Auswertung machen zu können. Deswegen sind nicht alle Auswertungen wirklich auch glaubhaft. Gut, ich möchte noch danken, mittlerweile ist es nicht mehr meine eigene Sache, die ich alleine mache. Der Eckart hilft mir enorm, den Server zu betreuen und hat mir auch ein paar Verbesserungsvorschläge gemacht, wie ich programmiere. Der Johannes will die Straßenliste und die Hausnummernliste komplett in eins vermengen und komplett nochmal aufziehen und der Malte hat mir geholfen, einfach das Design ein bisschen zu machen, weil ich auch in der GUI-Oberfläche ziemlich verloren bin und eher auch im Hintergrund lieber rummache. Gut, mein Kontakt-E-Mail-Adresse und mein OSM-Username noch, wenn Sie Fragen haben. Vielen Dank. Vielen Dank, Kiefer. Ja, und wie immer die Frage, gibt es irgendwelche Anmerkungen, Kommentare dazu? Eben noch dazu gesagt, wir müssen immer das Mikrofon benutzen, damit wir die Fragen mit auf die Aufzeichnung bekommen. Ich habe eine Frage oder Anregung. Wir haben ja selber auch schon mal so eine Straßen- und Hausnummernauswertung selber programmiert, nicht so schick. und man stößt immer an das Problem, wenn sich die Komplettheit so irgendwann auf die 95% begibt, dann hat man immer wieder die gleichen Kandidaten, wo man dann nachschaut, stellt man fest, ach ja, verdammt, da hat die Gemeinde den Namen falsch geschrieben oder es sind Brücken, benamst, das hast du ja auch schon genannt, die nicht in der offiziellen Straßendiste drin sind und ich hätte mir damals eigentlich immer so eine Art Kommentarfunktion noch gewünscht, dass man dann daneben hinschreiben kann, ja, das ist halt deswegen rot, weil so und so oder deswegen ist es deswegen gelb, man kommt nicht auf die 100%. Hast du da irgendwas geplant in der Richtung? Ja, ich habe es in der Hausnummerniste schon drin und hier würde ich eigentlich reintun, dass man sagt, warum ist die in gelb, warum ist die in OSM überhaupt drin und kann sie dann entweder nur mit Kommentar versehen oder kann sie auch ausschließen, dass sie quasi unsichtbar wird, dass sie einfach ein bekannter Radweg ist, wo einer meint, er muss den Radweg unbedingt benennen und das stört mich, dann tue ich es halt raus, diese zwei Optionen und das halt auch für die Stadtweise, dass man auch sagt, die Stadtliste, die offizielle Variante ist eigentlich die falsche oder es gibt diese Straße nicht. Momentan macht man das ja einfach durch die Wiki-Änderung, dass man da reingeht und die offizielle Liste verändert. Damit habe ich ein kleines Problem momentan, weil wir mittlerweile fünf Bundesländer haben, davon drei, wo regelmäßige Updates kommen und wenn ein User dann darin arbeitet, dann mache ich nicht ein automatisches Update mehr und dann habe ich aber trotzdem Schwierigkeiten, alter offizieller Stand, neu offizieller Stand plus User Stand und dann gibt es Chaos. Das heißt, ich packe die Liste nicht an und deswegen überlege ich halt für diese Bundesländer, wo die zentralen Listen da sind, dann die Listen im Wiki unverändert zu lassen und diese ganzen Bearbeitungsgeschichten Plus und Minus in die Auswertung reinzutun, damit einfach dann die Liste, eine offizielle Liste bleibt und die Flexibilität in die Auswertung reinkommt, dass man an der Oberfläche das Ganze hin und her macht. Also es soll dieses Jahr, wenn es gut geht, kommen. Okay, weitere Fragen? Die Aue habe ich schon. Ich habe, ich muss mal überlegen, wie ich anfange, es gibt Listen im Internet, was die Übertragungsnetzbetreiber, Solarstrom, wo die ganzen erneuerbaren Energieanlagen mit Adressen aufzählen. Also es sind über eine Million, 1,4 Millionen Adressen insgesamt, aufgeteilt auf vier Übertragungsnetzbetreiber. Ich möchte die gerne georeferenzieren, so gut es geht. Das ist bei Solaranlagen, die auf dem Hausdach sind, ziemlich einfach, weil da gibt es eine Hausnummer und trotzdem gibt es manche Adressen einfach nicht. Also ich würde das mit diesem MMQGIS-Tool bei QGIS machen dann über Nominatum. Und da ist mir aufgefallen, etwa die Hälfte funktioniert nicht, da gibt es also kein Match. Kann ich vorher diese Liste irgendwie mit dieser Liste abgleichen und sagen, wo muss denn jetzt OSM noch Straßen endlich mal hinpacken, um zu sagen, also da gibt es Hotspots, da gibt es die Straße noch nicht, damit ich dann letztlich irgendwann diese erneuerbaren Anlagen irgendwie georeferenzieren kann. Ich würde sagen, das wäre wahrscheinlich die Notes in der normalen OSM-Org-Webseite, dass man da angibt, die Straße, das Problem ist, dazu muss man wieder wissen, wo die Straße ist. Also die Liste hat immer eine Postleitzahl und einen Ort und manchmal steht eben dann bei Straße Ortsteil so und so, weil es eben eine Gemeindereform war oder manchmal steht auch natürlich nur ein Flurstück da, das ist gerade bei Windkraftanlagen der Fall, das fällt für mich jetzt erstmal raus, aber bei den Solaranlagen habe ich immer eine Straße und halt auch meistens eine Hausnummer, aber Postleitzahl und Ort. Und jetzt möchte ich gerne wissen, mit der Liste deutschlandweit, wo gibt es Matches und da, wo es keinen Match gibt, muss es aber trotzdem eine Straße geben, weil die Straße ja wirklich existiert, Tieren muss, weil er in der Solaranlage steht. Und kann man so vielleicht auch sagen, naja, wo müssen wir denn, wo gibt es denn jetzt große, sage ich mal, rote Punkte, wo auf jeden Fall nochmal neue Straßen getaggt werden müssen dann von allen? Also die eine Variante wäre, was ich anbieten könnte, wäre eventuell, dass man nachfragen kann, gibt es eine offizielle Liste, wo die Straße drin wäre und fehlt noch ein OSM. Das wäre eine Möglichkeit und daraus würde folgen eigentlich, dass jemand dann einen Note macht auf den Gemeinden, in der Gemeinde zum Beispiel, um zu sagen, hier fehlt eine Straße. Aber dann weiß ja derjenige, der es einträgt, den Note auch nicht, wo ist denn die Straße wirklich? Google weiß es mal allgemein, weil ich sagte 50 Prozent, etwa Trefferquote, 50 Prozent bei Nominate, wenn ich das Gleiche mit Google laufen lasse, da habe ich aber eine tägliche Beschränkung an 200.000 Datensätzen, da ist es 90 bis 95 Prozent. Wir haben ja nicht alle Straßen, also wir haben ja, ich schätze mal realistisch, wenn man die Bundesländer beguckt, zwischen 80 und 88, 90 Prozent aller Straßen haben wir nur drin. Also wir haben einfach auch nicht alle da. Die von Google haben ja dann einfach die offiziellen Listen, die nicht passen müssen, aber die haben einfach alle da, alle Straßen und auch für viele Hausnummern. Von daher können wir nicht diese Treffermenge hinkriegen. Wenn wir jetzt doch aber nur 50 Prozent Trefferquote haben, obwohl wir 88 oder 85 Prozent Straßen drin haben, haben wir natürlich einfach da vielleicht noch ein Nominat im Problem. Das könnte schon sein. Also es müsste eigentlich um die, je nach Bundesland, mindestens 80 Prozent NRW über 90 Prozent treffen eigentlich. Straßen genau, nicht Hausnummern genau, sondern straßengenau erstmal. Und dann aber, wenn das mit Nominat im Datum nicht geht, kann ich dann über die Liste mir georeferenzieren lassen? Nur die eine Frage noch? Nur die eine Frage noch? Also ich glaube nicht, dass es Sinn macht, dass ich versuche, Nominat im hier zu verbessern, sondern dann muss man einfach gucken, wo Nominat im dann ein Problem hat und da aufräumen. Ich möchte nicht hier richtig verkehrt drauf haben, wo jemand die Daten für andere Zwecke nutzt, sondern die Listen werden genommen, damit die Open-Seed-Mapper herausfinden, welche Gemeinden halt noch von den Straßen hier zu verbessern sind. Dadurch wird ja theoretisch in Nominat im auch dann die Suche wieder besser werden. Also es ist mehr ein Qualitätssicherungstool und Motivationstool für die Leute. Wenn jetzt keine Fragen sind, hätte ich noch einen Hinweis vielleicht, weil jetzt das Thema Google auch nochmal aufkam. Das ist gar nicht schlimm, also Google gibt es auch natürlich. Was mir aufgefallen ist, weil ich der Mensch aus MV bin, der eine Mensch, dass natürlich Google die amtlichen Daten mittlerweile, glaube ich, aufgekauft hat. Das heißt, man findet da natürlich das, was im Amtgang gäbe ist. Das muss aber nicht die Situation vor Ort sein. Also sprich, in MV ist es dann häufig so, nee, 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 junger Mann, die Straße gibt es schon lange nicht mehr, die heißt jetzt so und so. Also sprich, man sollte nicht zu blauäugig sein und nicht auch zu sehr, ich weiß nicht, es klang ja auch an, man kommt so irgendwie 95 Prozent. Ich persönlich würde auch sagen, das ist gut so. Dann gibt es so ein paar Kandidaten, da ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, Karteileiche oder interne Nutzung oder Sonstiges. Das wollte ich eigentlich nur da ganz kurz noch zu sagen. Also wir haben auch eindeutig Stärken. Also in Augsburg haben wir gesehen, dass bei 1800 Straßen 15 einfach nicht mehr lösbar waren. Und das haben wir dann mit dem Geodatenamt vor Ort geklärt. Und dabei war der größere Teil wirklich Karteileichen. Entweder die Straße war mal definiert worden und schon eine fehlte. Seit 20 Jahren ist nie gebaut worden, war halt mal geplant. Oder andere Straßen wurden kurz danach auch aufgegeben. Eine Straße war auch falsch geschrieben einfach. Das heißt, auch die städtischen Listen sind quasi nicht fehlerfrei. Da arbeiten auch Menschen dran. Und unsere Stärke ist ja auch zum Beispiel gegenüber Google, dass wir auch neue Straßen sehr schnell finden und dann wieder Vorteile haben. Das bildet sich natürlich hier nicht wieder. Ich zeige ja nur, wie ist der Vergleich Soll-Liste zu uns. Aber ein Teil dieser Straßen, die ich in Gelb markiere, sind ja auch Vorteile, wo wir neue Straßen schon haben, die es eventuell in Google noch gar nicht gibt oder die wir gemäß Straßenliste noch gar nicht haben sollten.